Ja, wir setzen da heute an, wo wir gestern aufgehört haben, nämlich in der Szene, wo die Jünger zum Fischen gegangen sind und waren leer ausgegangen. Die haben an sich nichts Schlimmes gemacht, aber sie hatten es einfach so gemacht, aus Eigenantrieb, ohne Jesus Christus. So geht es da in unserem Leben auch einfach. Da bleibt der Segen aus, der Sinn, die Fülle, wenn wir irgendwas machen, aber ohne ihn. Und das sollen wir nicht. Und in dieser Szene, als sie dann da beim Frühstück sitzen, verwickelt der Herr Jesus besonders den Petrus in ein Gespräch. Und das war der, der gesagt hat, wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich das machen, ich folge dir nach. Und er war ganz überzeugt und er hatte das gut gemeint. Gut gemeint. Aus Liebe zu dem Herrn Jesus hat er gesagt, ich halte zu dir. Und der Herr hat ihm gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn gräht. Und da wirst du leugnen, mich zu kennen. Er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Aber genau so ist es gekommen. Er hat gesagt, Jesus, nee, den kenne ich nicht. Nee, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr hier redet. Menschen haben ihn angesprochen, du warst doch auch mit Jesus. Nee, 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 hat er geleugnet. Und dann gräht der Hahn und ihm geht das auf und er weint einfach über sich selbst. Und in dieser Situation, damit musste der ja klarkommen, der Jesus starb am Kreuz und er hat jetzt keine Gelegenheit, das in Ordnung zu bringen. Und was werden das Tage gewesen sein für den Petrus? Die haben den unglaublich gequält. Und die Bibel berichtet, es gab ein Vier-Augen-Gespräch nach der Auferstehung zwischen dem Herrn Jesus und Petrus. Was da gesprochen wurde, das verrät die Bibel nicht. Aber ich bin überzeugt, die beiden haben darüber gesprochen, über das, was geschehen ist. Ganz persönlich unter vier Augen. Aber hier gibt es ein Gespräch, da thematisiert der Herr Jesus das nochmal vor allen. Der Petrus hatte ja vor allen gesagt, ich gehe mit dir in den Tod, ich folge dir. Und in dem Rahmen, wo er das so groß kundgetan hat, thematisiert der Herr Jesus das jetzt wieder, um ihn wieder in Ordnung zu bringen. Auch vor den anderen. Um den anderen zu zeigen, mit dem Petrus habe ich einen Plan. Das ist die erste Lektion. Der hatte eigentlich den Herrn verleugnet. Der hatte gesagt, nee, den kenne ich nicht. Und jetzt hätten wir doch gesagt, Mensch, komm, du hast es richtig verbockt. Setz dich mal hier in die letzte Reihe in der Gemeinde und benimm dich mal zehn Jahre. Und dann können wir mal überlegen, ob wir für dich nochmal irgendeine Aufgabe haben. Und so geht der Herr Jesus eben nicht mit dem Petrus um. Da siehst du, wie wunderbar schön, wie groß das ist. Es gibt niemanden, der sagen kann, ich habe so viel verbockt. Ich habe mir Dinger geleistet. Ich habe so viel falsch gemacht. Für mich hat Gott, hat Jesus keine Aufgabe mehr. Das ist einfach Quatsch. Und er verwickelt ihn in ein Gespräch und sagt, hast du mich lieb? Liebst du mich? Er bohrt förmlich da hinein vor den anderen, um ganz tief die Sonde in Petrus Herz runterzulassen, um zu gucken, was ist denn da auf dem Herzensboden für mich? Und der Petrus wird ganz traurig, dass er ihn dreimal fragt und sagt, Herr, du weißt doch alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und in diesem Gespräch vertraut der Herr Jesus dem das Wertvollste an, was er hat. Er sagt zum Beispiel, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Und er meint jetzt nicht ein Hirtendienst an Schafen, sondern er redet von Menschen. Er vertraut ihm förmlich die Menschen an, die an ihn glauben. Sagt Petrus, du kümmerst dich um die Schafe, du kümmerst dich um die Lämmer, du kümmerst dich um die Kleinen, die Neuen, die Kinder oder Jungen, aber auch die, die sich neu bekehren, die ganz frisch sind im Glauben an Jesus, die vertraue ich dir an. Das hätten wir, du nicht, nie gemacht. Aber der Jesus tut das. Und bei ihm gibt es die zweite, die fünfte und die zehnte Chance. Er hat Arbeit, er hat Aufgaben für mich und auch für dich. Da verlass dich drauf. Und dann sieht der Petrus diesen Johannes da, der das Evangelium auch geschrieben hat und sagt, was ist denn mit dem? Und dann sagt der Jesus, was geht dich das an? Er sagt, folge du mir nach. Und das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Wisst ihr, errettet zu sein, ist der wichtige Grundstein Nummer eins. Was muss ich tun, um errettet zu werden, fragt ein Mann in der Bibel. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Das ist das wichtigste Ereignis überhaupt, dass man nicht verloren geht. Aber das ist auch der Startpunkt in ein Leben mit Gott. Da bleibt es nicht bei. Und dann kommt man eben zu dem Punkt, folge du mir nach. Leb mit mir. Ich gehe vor und du gehst nach. Ich bin der Herr deines Lebens. Ich bin der Lehrer, ich gehe vorne weg. Du bist der Jünger, du folgst mir, du lernst von mir. Und so fühlen wir unser Leben hier auf der Erde. Wir werden errettet und dann folgen wir nach. Und ich wünsche dir, dass beides für dich Realität wird, wenn es noch nicht ist. Vielleicht bist du noch nicht errettet. Ich sage dir, du musst es werden. Denn es kommt die Ewigkeit und dann zählen Fakten. Und da ist ein Fakt, eine Frage. Bist du errettet oder bist du es nicht? Hast du Vergebung deiner Sünden oder hast du sie nicht? Und die ist zu finden bei dem Mann vom Kreuz, bei dem Sohn Gottes, der im Johannes-Evangelium sehr ausführlich beschrieben wird. Wir haben dich so ein bisschen versucht mitzunehmen, so schwach wie das auch war. Aber um den geht es. Und dass du sagen kannst, dieser Jesus, der Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Ist er dein Retter? Da musst du sagen, ja oder nein. Und wenn du sagen musst, nein, muss es heute noch ein Ja werden. Und dann ihm auch nachzufolgen, dass es dabei nicht bleibt. Jesus verändert Menschen, er hat sie verändert damals, er verändert sie heute noch und wir wünschen, dass er dich verändert.